Ob diese Kinder, Frauen und Männer mit ihrer letzten Habe nun aus Nigeria, Eritrea, Afghanistan oder Syrien kommen, sie fliehen aus ihrer Heimat, denn in Frieden können sie dort nicht mehr leben, sondern oft nur noch sterben. Und dennoch ist der Preis hoch. Die allermeisten Flüchtlinge, die aus den Krisenregionen der Welt nach Europa wollen, müssen auf dem Weg übers Mittelmeer nochmals um ihr Leben fürchten. Nur wer sich in ein Schlauchboot setzt oder die gefährliche Passage auf einem schwimmenden Wrack in Kauf nimmt, der bekommt eine Chance auf Asyl. So zynisch das klingt, bisher ist das die Basis der europäischen Flüchtlingspolitik. Die EU benötigt keinen Zaun, weil es das Mittelmeer gibt. An diesem ungeschriebenen Gesetz dürfte sich so schnell nichts ändern, obwohl gerade dieses Gesetz mit europäischen Werten nicht zu vereinbaren ist. Die EU wird sich jetzt bewegen und ihre Mitgliedstaaten werden das auch tun, allerdings auf einer anderen Ebene. Es geht dabei nicht um Fluchtkorridore. Stattdessen ermöglicht der Zustand der Gemeinschaftspolitik Verteilungskämpfe unter verkehrten Vorzeichen. Politiker aller Mitgliedstaaten können mit dem Finger auf andere zeigen, die EU-Bestimmungen sind so unzureichend, dass jeder Argumente findet, die ihm passen. Der ungarische Premier Orban spricht von einem deutschen Problem, deutsche Politiker hingegen von einer europäischen Aufgabe. Berlin und Paris haben Italien ins Boot geholt und damit einen Staat, der sich ähnlich wie Griechenland jahrelang mit seinen Flüchtlingen alleingelassen fühlte, und zwar gerade von Deutschland. Das Dublin-System war von Beginn an darauf ausgerichtet, dass nur jene Staaten, in denen Flüchtlinge ankommen, diese registrieren und versorgen. Die Abnahme der Fingerabdrücke sollte sicherstellen, dass sie nicht in andere EU-Länder weiterziehen. Bisher hatten die Mittelmeeranrainer deshalb das Nachsehen. Nach dem hohen Andrang Anfang der 90er Jahre gewöhnte sich Deutschland daran, dass Flüchtlinge vor allem das Problem der anderen sind. Auch der Ende 1992 zwischen SPD und Union vereinbarte Asylkompromiss sorgte dafür, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, abnahm. Eine wichtige und rühmliche Ausnahme war die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus dem früheren Jugoslawien. Langfristig hatte der deutsche Asylkompromiss dennoch beträchtliche europäische Nebenwirkungen. Damit kam ein Abwärtswettbewerb in Gang, denn andere Staaten zogen nach und verschärften ihrerseits die Bedingungen für die Anerkennung von Asylbewerbern. Diese Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Dänemark hat die Unterstützungsleistungen für Flüchtlinge gerade erst gekürzt. Sie sollen anderswo Asyl beantragen. Weil Griechenland überfordert ist, Tausende einfach durchziehen, versucht Ungarn auf eigene Faust zu handeln und verstößt ebenfalls gegen EU-Recht. Österreich handelt etwas diskreter, winkt aber viele Flüchtlinge einfach durch, denn sie wollen ja schließlich nach Deutschland. Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen auf einzelne EU-Staaten sind sinnvoll. Kein Land darf seine Hilfe, aber von der Hilfe anderer Staaten abhängig machen, auch Deutschland nicht. Im Zweifel müssen europäische Werte immer der entscheidende Maßstab sein. Dass Deutschland das Schengen-System in Frage stellt, das hieße Grenzkontrollen wieder einzuführen, wirkt derzeit wie der etwas verzweifelte Versuch im anhaltenden Streit, um Verteilungsquoten Verhandlungsmasse aufzubauen. Es muss dabei aber auch um Geld gehen. Deutschland bleibt derzeit nur die Wahl, Flüchtlinge hier aufzunehmen oder die Aufnahme in anderen Ländern mitzufinanzieren, in der EU und darüber hinaus. Auf die Einsicht der anderen zu hoffen, wird nicht reichen. Die britische Regierung denkt zwar um und will Tausende Flüchtlinge aufnehmen, niemand sollte sich jedoch darauf verlassen, dass andere Länder dem britischen Beispiel aus freien Stücken folgen. Nicht erst seit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen wird die Europäische Union von Verteilungskämpfen geprägt. Es geht aber auch in diesem Zusammenhang um gewaltige finanzielle und politische Lasten. Nur Deutschland wäre in der Lage, die Abwärtsdynamik zu durchbrechen, wenigstens den Versuch zu wagen, aus einer Rumpf-EU wieder eine Europäische Union der Verantwortung zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020